Warum solltest du niemandem schreiben? Ihr Profil wurde mir gerade vorgeschlagen. Hier mal ganz kurz ein Beispiel aus meinem, oder eine kurze Story aus meinem Alltag. Also ich bekomme relativ viele Vernetzungsanfragen auch und ich denke, dass die nicht immer sehr fundiert sind so. Also nicht geprüft wird, was ich mache, weil ich habe hier mal ein Beispiel, ein ganz konkretes. Und aktuell kommt dieser Satz, sehr häufig dieser Satz, sie wurden mir von LinkedIn vorgeschlagen. Jetzt mal einmal hier als Beispiel. Hallo Herr Wetzel, Ihr Profil wurde mir gerade auf LinkedIn vorgeschlagen. Wahrscheinlich auch, weil wir beide aus einer ähnlichen Branche kommen. Das ist die Branche Absturzsicherung, wo der Herr kommt. Und sich daraus vielleicht berufliche Berührungspunkte ergeben könnten. Also wenn Sie Lust haben, dann lassen Sie uns doch vernetzen. Beste Grüße. So, die Nachricht kommt mit der Vernetzungsanfrage. Und ich habe jetzt zwei große Kritikpunkte, warum ich der Meinung bin, dass solche Nachrichten kontraproduktiv sind. Das erste ist, ich möchte ja in der Freiheit sein, die Entscheidung zu haben. Also wenn ich eine Vernetzungsanfrage bekomme, ist das erste, was ich mache, ganz normaler Reflex. Ich klicke aufs Profil, gucke mir die Person an, ist die interessant. Prinzipiell, vielleicht als Partner, als Kunde, vielleicht aber auch als Dienstleister für mich. Ja, das checke ich natürlich auch. So, und dann entscheide ich mich, ob ich mich mit der Person vernetze. Was ist jetzt, wenn ich lese als Person, Ihr Profil wurde mir gerade von LinkedIn vorgeschlagen. Das bedeutet doch, du, ich, LinkedIn, ich habe gerade in einer Lotterie gespielt und zufällig dich gezogen. Also es gibt, das bedeutet, ich habe keinen konkreten Grund, warum ich dich jetzt anschreibe, sondern LinkedIn hat mir dich vorgeschlagen. Wo ist da, also das, das ist halt kontraproduktiv anstatt wertschätzend, weil ich jetzt nicht sage, also ich gebe ja fast die Entscheidungsgewalt ab und sage, ach du, ich wollte dich eigentlich gar nicht hinzufügen, aber LinkedIn hat mir dich vorgeschlagen. Und da ich das, da ich das aktuell so viel, so viel lese und so viel erzählt bekomme, auch dass Leute ihre Nachrichten so schreiben und ich glaube, dass es ein paar Coaches so extra proklamieren. Ich würde mir das mal überlegen, was sage ich denn damit eigentlich? Ich sage eigentlich, pass auf, ich habe mich mit dir nicht beschäftigt, sondern LinkedIn hat mir dich vorgeschlagen, deshalb vernetze ich mich. Was ein Quatsch, ja? Was, also das ist null Wertschätzung. Dann wirklich schreibt lieber, lieber gar keine Nachricht als das, was, wenn ich schreibe, ich habe mir dein Profil angesehen und finde deine Inhalte spannend, dann ist es was anderes, weil dann habe ich recherchiert, dann ist es eine bewusste Entscheidung. Aber LinkedIn hat mir dich vorgeschlagen, das war schon früher auf Xing so, schwierig. Und auch übrigens, wenn ihr in gleichen Gruppen seid, ich empfehle ja, also unseren Kunden beispielsweise auch, geht in LinkedIn-Gruppen, guckt, wer ist denn schon irgendwo, gibt es schon Ballungszentren für eure Wunschkunden, wo die sich tummeln. Und wenn ihr über so eine Gruppe Leute anschreibt oder über so eine Gruppe, sorry, jetzt fassbel ich mich hier, aber wenn ihr über so eine Gruppe Leute anschreibt und sie dann hinzufügt, dann ist natürlich mit Anschreiben prinzipiell schon mal cleverer, weil man eine Gemeinsamkeit hat, ja? Also hier in der anderen Nachricht sehe ich auch keine Gemeinsamkeit. Aber hallo du und du, wir sind gemeinsam in der Gruppe oder durch die Gruppe bin ich auf dich gestoßen, habe mir dein Profil angeguckt, sah sehr interessant aus, hättest du Lust, dich für einen zukünftigen Austausch zu vernetzen. So, Bums, alles klar. Wurde mir vorgeschlagen, ich habe recherchiert, finde ich interessant, schwingt ein kleines Kompliment mit und dann kann ich sagen, hast du Lust, dich zu vernetzen. Aber wurde mir vom Algorithmus vorgeschlagen. Ist so, hm, ja? Okay, das ist einmal ganz kurzer Impuls von mir für alle, die es aktuell machen, das vielleicht mal zu überdenken, vielleicht einen kleinen anderen Weg zu gehen oder etwas wertschätzen, daran zu gehen. Als Tipp von mir. So, und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und schreib doch mal deine Meinung hierzu oder wie beginnst du deine Begrüßungsnachrichten? Ich hoffe, du beschreibst welche. Wie beginnst du die oder was ist der Punkt bei dir? Kannst du mal gerne in die Kommentare schreiben. Bis dahin, dein Steffen. Ciao.